Sie hören eine Predigt von Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Ein Fernsehgottesdienst der Menschen ermutigt, ihre Unmöglichkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.hourofpower.de. Heute möchte ich über ein besonderes Geschenk reden. Ein geistliches Geschenk, das allen Menschen gegeben wurde als eine Form der Gnade Gottes. Ein Geschenk, das jedem einzelnen Menschen gegeben wurde. Ein Geschenk unendlicher Kraft, von dem die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben. Es ist das Geschenk des gesprochenen Wortes. Jedem Menschen wurden Worte gegeben. Durch ihren Körper, durch ihren Mund können sie andere Menschen ermutigen, verändern und den Lauf der Geschichte prägen. Die Worte der Menschen können alle möglichen und erstaunlichen Dinge schaffen. Alles, was sie sehen, wurde durch Worte geschaffen. Die Crystal Cathedral begann durch Worte. Nicht nur durch Predigten, sondern weil jemand sagte, wir sollten eine Kirche aus Glas bauen, damit wir den Himmel während dem Gottesdienst sehen können. So viele Dinge, die wir im Leben lieben und bewundern, beginnen mit unseren Worten. Das ist erstaunlich, denn viele Menschen gehen mit Worten sehr unbedacht um. Sie sollten aber bedenken, dass in Worten eine unglaubliche Macht stecken kann. In der jüdisch-christlichen Tradition glauben wir, dass Gott das Universum durch Worte geschaffen hat. Gott sagte, ich will, dass es einen Ozean gibt. Darum schuf er einen Ozean. Ich will, dass es Sterne und Planeten gibt. Er sprach sie in die Existenz. Er sprach und es gab Bäume und Tiere. Er sprach und er schuf den Menschen. Mit seinem Atem gab er dem Menschen Leben. Alles in der Welt ist durch Worte entstanden und Worte sind eine Quelle der Kreativität. Worte werden benutzt, um zu schaffen und zu zerstören. Worte werden benutzt, um etwas aufzubauen oder niederzureißen. Jedes Wort, das sie verwenden, ist eine Möglichkeit, jemanden aufzubauen und zu ermutigen, beziehungsweise für jemanden zu beten. Worte beten und verherrlichen Gott. Worte geben etwas Interessantes oder Lustiges wieder. Jedes Mal, wenn sie etwas sagen, haben sie auch die Möglichkeit, jemanden zu zerstören, jemanden zu verletzen. Sie verletzen jemanden, obwohl sie es gar nicht beabsichtigt haben. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort. Hier wird das Wort Logos verwendet, was bedeutet, dass alle Ideen Gottes, alles, was er am Anfang gesagt hatte, bei Gott war und dass dieses Wort Gott war. Dieses Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus Christus, unser Retter, ist das wahrhaftige Wort Gottes, das Mensch geworden ist. Worte haben eine unglaubliche Kraft. Alle unsere Ideen, alles, was uns ausmacht, alles, was wir feiern, alle unsere Geschäfte und alles, was wir tun, entstehen aus Worten. Trotzdem verwenden wir Worte sehr unbedacht. Wir reden oft ohne nachzudenken. Wir sind uns der Konsequenzen nicht bewusst, was wir sagen. Wir sagen etwas ohne Absicht und zu oft verletzen wir Menschen dadurch. Unsere Welt wird durch Worte überschwemmt. Auf dem Heimweg schalten Sie das Radio ein und hören Menschen reden. Sie hören Sängern beim Singen von Worten zu. Dann hören Sie Werbung von Menschen, die Ihnen etwas verkaufen wollen. Diese Worte haben alle Einfluss auf Sie. Sie sagen Ihnen, iss mich, schlaf mit mir, komm und besuche mich. Sie werden beständig mit Worten überschwemmt, die Ihren Blick auf Ihr Leben formen und beeinflussen. Was dadurch auch geschieht, ist, dass wir Worte unbedacht verwenden, da wir in einer Welt leben, die mit Worten nur so um sich wirft. Das sollten wir nicht tun. Wir sollten verstehen, dass die Worte, die wir sagen, eine Kraft haben zu schaffen und zu zerstören. Die Worte, die Sie verwenden, haben die Macht zu schaffen und zu zerstören. Sie sollten nicht unbedacht gesprochen werden. Um als Mensch zu verstehen, dass jedes Wort, das wir sagen, eine Absicht haben sollte, jemanden aufzubauen oder zu ermutigen, müssen wir wissen, was über uns selbst gesagt ist. Wenn ich sage, was über uns gesagt wird, dann meine ich nicht von Menschen, die etwas über Twitter oder Facebook oder in der Zeitung veröffentlichen. Ich meine nicht, dass wir wissen müssen, was Leute auf der Arbeit oder im Klassenzimmer über uns sagen. Selbst die Sachen nicht, die Ihr Professor oder Ihr Arbeitgeber über Sie sagt. Was wir hören müssen, ist, was Gott über uns sagt. Bevor wir die Art und Weise ändern können, wie wir über andere sprechen, müssen wir verstehen, dass über uns schon etwas gesagt wurde, von dem einen, der das Universum geschaffen hat. Gott sagt etwas über sie. Was sagt er über sie? Er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Aus dem entspringt alle christliche Spiritualität und Heiligkeit. Aus dem Wissen und der Fähigkeit, die Stimme des Allmächtigen zu hören, der Worte der Liebe und des Segens über sie ausspricht. Es ist eine innere Stimme der Liebe, die Quelle des Lebens. Viele von uns hören diese Stimme jedoch nicht. Sie glauben dieser Stimme nicht und können nicht glauben, dass es sie überhaupt gibt. Während meines Theologiestudiums am Fuller Seminar machte einer meiner Professoren immer einen kleinen Test mit neun Studenten. Alle diese Studenten kommen, um etwas über die Bibel zu lernen. Sie wollen Griechisch und Hebräisch lernen. Sie bereiten sich darauf vor, Pastoren in Kirchengemeinden zu werden. Er fragt sie am Anfang, ich werde euch die wichtigste Frage überhaupt stellen, auf die ihr die richtige Antwort haben müsst. Bitte nehmt euch jetzt ein Stück Papier und schreibt darauf, was sagt Gott gerade jetzt über dich? Was sagt Gott jetzt im Moment über dich? Er macht das jedes Jahr mit jeder Klasse. Wenn er die Papiere bekommt, dann ist er immer wieder erschüttert, dass mindestens 70% der Aussagen auf den Papieren negativ sind. Gott ist zornig auf mich. Warum sollte Gott etwas über mich sagen? Gott denkt zur Zeit nicht an mich, denn ich tue nicht wirklich etwas für ihn. Gott hat mich vergessen. Gott liebt mich, wenn ich das Richtige tue. Die Aussagen der restlichen 30% sind normalerweise sehr allgemein gehalten. Gott liebt mich, Gott möchte mich segnen oder mich retten. Sehr selten bekommt er die richtige Antwort. Die richtige Antwort ist wertvoll und gefüllt mit Überzeugung. Ich bin die geliebte Tochter, der geliebte Sohn von Gott. Ich bin sein geliebtes Kind, an dem er wohlgefallen hat. Dieses Wissen, das Gott über sie sagt, mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe, ist der Ort, aus dem jede Heiligkeit entsteht. Daraus entsteht keine Gesetzlichkeit. Es geht nicht um ein Studium oder noch mehr Wissen, sondern darum, diese eine Stimme zu hören. Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Darum macht der Professor immer dasselbe mit den Studenten. Wenn man nicht weiß, dass Gott einen liebt, dass man sein geliebtes Kind ist, dann ist man noch nicht bereit, als Pastor zu arbeiten. Jeder Dienst für Gott muss aus einem tiefen, alles durchdringenden Wissen kommen, dass Gott Worte der Liebe und des Segens über sie ausspricht. Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass Gott so etwas über mich sagt? Als Jesus getauft wurde, geschah etwas sehr Wunderbares. Jesus kam zu Johannes, dem Täufer, und sagte, Johannes, taufe mich. Johannes wollte es eigentlich gar nicht machen, denn es ist Jesus. Aber er hat es trotzdem getan. Er taufte Jesus, eine Taube schwebte über seinem Kopf, es gab Blitze, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bemerken Sie, dass wir keine Beweise haben, dass Jesus schon irgendetwas Besonderes für Gott getan hat? Er hat noch keine einzige Predigt gehalten. Er hat noch niemanden geheilt oder auch nur ein einziges Gleichnis erzählt. Er hatte uns auch noch nicht neues Leben geschenkt. Er war einfach nur er selbst. Und Gott sagt zu ihm, dies ist mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Woher weiß ich, dass Gott das über mich sagt? Wussten Sie, dass Gott Jesus Christus wegen Ihnen gesandt hat? Als Christen glauben wir, dass selbst wenn Sie der einzige Mensch gewesen wären, der gesündigt hat, der einzige Mensch, der von Gott getrennt wäre, dann hätte er trotzdem seinen Sohn gesandt, den Sohn, den er liebt und an dem er wohlgefallen hat. Er hätte ihn wegen Ihnen weggegeben. Denken Sie einmal darüber nach. Gott liebt uns genauso sehr, wie er Jesus liebt. Das ist erstaunlich. Gott liebt Sie genauso sehr, wie er Jesus Christus liebt. Gott liebt Sie genauso sehr, wie er Maria liebt. Gott liebt Sie genauso sehr, wie er alle Apostel liebt. Gott liebt Sie genauso sehr, wie er Mutter Teresa liebt. Denn Gott liebt uns nicht wegen unserer Taten und Leistungen. Er liebt uns nicht aufgrund der Dinge, die wir tun. Er liebt uns nicht, weil wir reich sind. Er liebt uns nicht wegen der Dinge, die andere Menschen über uns sagen oder bei Facebook veröffentlichen. Gott liebt Sie Tag ein, Tag aus. Redet Gott mit Ihnen und spricht Ihnen seine Liebe und seinen Segen zu. Sie sind sein geliebtes Kind, an dem er wohlgefallen hat. All unsere Spiritualität kommt von dieser einen Stimme der Liebe. Es ist eine Stärke. Es ist eine Identität. Egal, was in der Welt geschieht, egal, wie viel Sie verloren haben, ich habe etwas Besseres und Größeres für Sie. Gottes Liebe. Meine ganze Identität kommt aus der Tatsache, dass Gott, der Schöpfer des Universums, die kreativste, interessanteste, mächtigste Persönlichkeit mich liebt als sein Kind. Aus diesem Wissen entsteht bei Christen ihre Identität, dass Gott ihnen seinen Segen zuspricht, dass Gott sie liebt. Gott ermutigt sie. Gott ist stolz auf sie. Und Gott vergibt ihnen ihre Fehler. Er möchte sie wieder aufbauen und sie zu einem besseren Menschen machen. Wenn wir an einem Ort der Stärke stehen, dann brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, was andere über uns sagen. Wenn jemand etwas Schlechtes über mich sagt, Klatsch und Tratsch verbreitet oder Lügen weitergibt, dann muss ich sie kennen, die innere Stimme der Liebe. Die Gewissheit, dass Gottes Liebe auf mir liegt. Denn dann kann ich fast immer sagen, weißt du was, ich habe eine größere Stärke in mir. Sicher, Peter mag das wohl sagen, aber Gott sagt etwas völlig anderes über mich. Daher kommen alle Veränderungen aus einem Bewusstsein dafür, was Gott über mich sagt und nicht, was andere über mich sagen. Es gibt ein großes Problem, wenn sie ihr Leben darauf ausrichten, was andere über sie sagen. Ihr Leben wird dann so sein wie eine Achterbahnfahrt. Wenn Leute etwas Nettes über sie sagen, wenn sie sagen, sie sind attraktiv, erfolgreich oder sie heben sich vom Rest ab, dann fangen sie an, diese Dinge zu tun, damit diese Leute weiterhin nette Dinge über sie sagen werden. Anstelle, dass es nur eine ermutigende Aussage ist, wird es ein Teil ihrer Persönlichkeit, etwas, von dem sie abhängig werden. Wow, es hat schon sehr lange niemand mehr etwas Nettes über mich gesagt. Ich wette mit ihnen, dass sie Dinge, die Menschen ihnen als Kind oder als Teenager gesagt haben, immer noch mit sich herumtragen. Es wurde ein Teil ihrer Identität. Einige wissen noch Dinge, die Gegner ihnen gesagt haben. Leute, die sie hassen, nicht mögen oder eifersüchtig auf sie sind. Sie haben etwas über sie gesagt und sie tragen es immer noch mit sich herum. Es ist Teil ihrer Identität, anstelle von dem, was Gott sagt. Anstelle von dem, was der Schöpfer des Universums sagt. Der eine, der zu ihnen sagt, du bist wunderbar gemacht, mein geliebtes Kind. Ich liebe dich sehr. Das ist nicht die Stimme, der wir zuhören. Wir hören einer anderen Stimme zu. Mit acht Jahren, mit zehn oder auch mit vierzehn. Oh, das, was der eine da über mich gesagt hat. Lassen Sie es nicht zu, dass es Teil ihrer Identität wird. Lassen Sie es nicht zu, dass Dinge, die andere Menschen sagen, ein Teil ihrer Identität werden. Ihre Identität sollte von der einen Stimme kommen und nur von der einen Stimme. Der Stimme Gottes, des Vaters, des Schöpfers des Universums. Er sagt zu ihnen, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, ich will dich bei mir haben. Ich bin verrückt nach dir. Du bist mein geliebtes Kind. Diese Aussagen müssen Teil ihrer Identität werden. Wenn wir zu Menschen werden, die aus dieser Quelle heraus leben, dann wird diese innere Stimme der Liebe, dann wird dieser Ort, an dem Gott immer gute Dinge über uns sagt, eine Veränderung darin bewirken, was wir über andere Menschen sagen. Wir müssen zu Menschen werden, die gefüllt sind mit der Stimme Gottes und dann zulassen, dass diese Stimme, die in unserem Herzen ist, an andere Menschen weitergegeben wird. Wenn wir mit der Liebe Gottes erfüllt sind, wenn wir mit Gottes Ermutigung erfüllt sind und Gottes Kraft in uns ist, dann kann ich einer Person, die ich sehe, die sehr bescheiden auftritt, die ich sehr liebe, sagen, dass ich sie liebe und sie segne. Zu oft lassen wir allerdings zu, dass unsere Worte außer Kontrolle geraten, wegen unserer Identität. Jakobus schreibt, ein Mensch, der seine Zunge unter Kontrolle hat, ist ein perfekter Mensch. In Jakobus Kapitel 3 steht, die Zunge ist so wie das Zaumzeug bei Pferden. Wenn Sie Ihre Zunge kontrollieren, dann kontrollieren Sie das gesamte Pferd. Er schreibt weiter, die Zunge ist wie das Steuerrad auf einem großen Schiff. Wenn Sie das kleine Steuerrad kontrollieren, dann kontrollieren Sie das ganze Schiff. Die Zunge ist wie ein kleiner Funke, der einen ganzen Wald in Brand setzt. Damit kennen wir uns in Südkalifornien aus, oder? Weiter schreibt er, du verwendest Worte, um Gott zu loben und Menschen zu segnen, aber mit derselben Zunge verfluchen wir Menschen und sagen schlechte Dinge über sie. Dann fragt Jakobus diese Frage, fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Ebenso wenig kann Segen und Fluch aus demselben Mund kommen. Wir müssen zu Menschen werden, die verstehen, dass ihre Worte wichtig sind. Aristoteles sagt, dass ein Wort wie ein Stein ist. Sie können ihn kontrollieren, solange er in Ihrer Hand liegt. Aber sobald der Stein Ihre Hand verlassen hat, haben Sie keine Kontrolle mehr über den Stein. Wie oft haben Sie schon etwas über jemanden gesagt, ohne nachzudenken, ohne Absicht? Sie sagen etwas, Sie merken es und sagen dann, oh nein, komm zurück! Bei mir passiert es ständig. Ich sage etwas, ich merke, wie die Worte meine Lippen verlassen, und ich weiß sofort, dass es ein Fehler war, richtig? Uns geschieht das so oft, weil wir zu oft ohne Reflexion und Ziel agieren. Aus unserer inneren Leere oder unserem Mangel an Identität und Persönlichkeit fangen wir an zu tratschen, zu kritisieren. Und wir werden zornig auf Menschen. Wir machen sie fertig. Wir lügen, damit wir mehr Macht bekommen, oder wir lügen, damit Menschen von uns beeindruckt sind. Wir übertreiben und beschönigen Dinge. Diese Sachen kommen alle daher, dass wir die sichere, tiefe Stärke der Gewissheit der Liebe Gottes für uns nicht haben. Wenn wir auf der Basis der inneren Stimme der Liebe handeln, dann können wir auch eine äußere Stimme der Liebe durch unsere eigenen Worte entwickeln. Unsere Worte entfachen dann kein Feuer, es sei denn, es ist ein gutes Feuer. Wir werden zu Menschen, die andere aufbauen und ermutigen. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Wenn Sie jemandem etwas sagen oder etwas über jemandem aussprechen, egal ob es positiv oder negativ ist, sehr oft geben diese Worte dann die Richtung im Leben der Person vor. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war Teenager und wir spielten immer Basketball. Meine Freunde und ich spielten zusammen Basketball. Es gab einen Jungen, von dem wir alle dachten, dass er ein großer Trottel ist. Wir haben zwar mit ihm gespielt, aber wir sagten keine schönen Dinge über ihn. Wir waren oft sehr unfreundlich zu ihm. An einem seiner Geburtsdage schenkte ihm sein Vater fünf Aktien von Nike. Okay, zu dem Zeitpunkt kannte er sich mit Aktien überhaupt nicht aus. Er wusste überhaupt nichts über Wertpapiere. Sein Vater schenkte ihm Aktien im Wert von circa 100 Dollar. Jemand erfuhr davon und plötzlich hatte er einen neuen Spitznamen. Wall Street. Wir hörten auf, ihn bei seinem alten Spitznamen zu rufen und begannen ihn Wall Street zu nennen. Wall Street hier, Wall Street dort. Und nur weil sein Vater ihm fünf Aktien von Nike geschenkt hatte. Raten Sie mal, was er wurde, als er erwachsen war. Raten Sie, was er als Beruf wählte. Er wurde Investmentbanker. Das ist richtig und er ist sehr erfolgreich darin. Er ist ein sehr großzügiger und guter Mensch. Es gibt da eine Verbindung. Es kann nicht sein, dass wir ihn drei Jahre lang Wall Street hier und Wall Street da genannt haben, ohne dass es ihm die Richtung im Leben gegeben hätte, an der Wall Street zu arbeiten. Wenn Sie Menschen sagen, sie wären tollpatschig, dann tendieren sie dazu, noch tollpatschiger zu werden. Wenn Sie Menschen sagen, sie wären gemein, dann werden sie noch gemeiner. Wenn Sie möchten, dass jemand höflich wird, der sehr grob ist, dann sagen Sie ihm, dass er sehr höflich wäre. Und sehen Sie, was passiert. Versuchen Sie, eine kleine Sache zu finden, die die Person tut, die etwas höflich ist, und sagen Sie dann, Oh, das war sehr nett von dir. Das war sehr freundlich. Beobachten Sie, wie dieser grobe Mensch sich für andere Menschen öffnet und zum Beispiel beginnt, das Geschirr abzuspülen. Es ist Teil unserer menschlichen Natur. Darum liegt so viel Kraft in unseren Worten. Selbst wenn jemand Ihr Feind ist, hat er oft sehr viel Macht über Sie, manchmal allein durch das, was er zu Ihnen sagt. Gott möchte Sie ermutigen und bestätigen. Er möchte, dass Sie in Ihrem persönlichen Leben Tag ein, Tag aus, wenn Sie zum Beispiel Autofahren arbeiten oder in Ihrer Familie sind. Er möchte, dass Sie ein Ermutiger sind, dass Sie Worte der Auferbauung und der Bestätigung für Menschen verwenden. Es ist fast wie eine Prophetie. Wenn Sie Menschen sagen, dass Sie höflich, liebenswert, freundlich, musikalisch, intelligent und gut im Schach sind, dann sehen Sie zu, nachdem Sie solche Sachen gesagt haben. Oft werden sich die Menschen verändern und so leben, wie Sie es gesagt haben. Bauen Sie Menschen auf, anstatt sie zu zerstören. Sagen Sie den Menschen, was Gott Ihnen sagt. Hören Sie zu. Es gibt eine These in der ganzen Sache. Sie müssen Menschen in ihrem Leben sagen, was Gott zu ihnen sagt. Ich segne dich. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Ich ermutige dich. Gute Arbeit. Lob weitergeben. Sie haben keine Vorstellung, wie sehr sich Menschen danach sehnen, so etwas zu hören. Wenn wir doch nur wüssten, wie kraftvoll unsere Worte sind, die Menschen aufbauen und Leben wirklich verändern können. Die zweite Sache, die Gott von Ihnen möchte, ist, beten Sie für die Menschen. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nicht an die Macht des Gebets glauben. Ich weiß es, weil Christen sagen, ich bete für dich. Und dann gibt es eine 99-prozentige Chance, dass sie es nicht tun werden, außer sie tun es gleich. Stimmt das nicht? Ich bete für dich bedeutet, dass ich vielleicht daran denken werde, wenn wir uns das nächste Mal sehen, und ich werde dich dann fragen, wie es läuft. Wenn sie sagen, ich bete für dich, dann versuchen sie es gleich dort zu tun. Ich will Ihnen sagen, Ihnen, die aktive Christen sind, Sie haben eine unglaubliche Macht, um für Menschen zu beten. Ich habe vor einigen Jahren ein Experiment durchgeführt. Ich entschied mich, immer wenn sich jemand über etwas beschwerte, dann würde ich sie fragen, ob ich für sie beten kann. Es war egal, wer es war. Es war egal, ob wir bei Starbucks waren oder auf der Straße standen. Egal, ob es Freunde waren oder ich sie mochte oder nicht. Es war erstaunlich, welche Dinge Gott durch mich getan hat. Ich habe Atheisten getroffen, Leute, von denen sie denken würden, die wollen nichts von Gott wissen. Ich fragte sie, wofür kann ich bei dir beten? Kann ich vielleicht sogar jetzt gleich für dich beten? Es war erstaunlich zu sehen, wie die meisten Atheisten, Agnostiker und Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, reagierten, als ich sagte, ich bete für dich. Und es dann auch tat und sie segnete. Oh Mann, die vielen Umarmungen, die großen Augen, die Ermutigung und die neue Hoffnung. Ich habe ungefähr 30 bis 40 Leute gefragt und nicht einmal hat eine Person abgelehnt, als ich anbot, für sie zu beten. Ich wage es, sie zu bitten, versuchen Sie es. Wagen Sie es und versuchen Sie es. Dann schreiben Sie uns und erzählen Sie, was geschehen ist. Ich möchte, dass es eine Art Experiment ist. Ich möchte Sie bitten, sich darauf einzulassen. Versuchen Sie es diese Woche, dass Sie sich darauf einlassen, die Stimme der Liebe zu hören, die von Gott kommt. Ich bin ein geliebtes Kind. Was Gott zu Jesus während seiner Taufe gesagt hat, das sagt er auch zu mir. Er wird es mir für immer sagen, egal was ich auch tun werde. Gehen Sie von dort aus vorwärts und sprechen Sie die Worte Gottes in das Leben anderer Menschen. Seien Sie ein Ermutiger, jemand, der Liebe weitergibt, der Menschen segnet, sie aufbaut und der für Sie betet. Tun Sie es und Sie werden die Welt verändern. Das ist die Wahrheit. Tun Sie es und Sie verändern die Welt. Egal was Sie in Ihrem Leben tun, Sie werden ein sinnvolles Leben führen. Das verspreche ich Ihnen. Denn es gibt keine größere Kraft als die Kraft der Worte. Lassen Sie uns beten. Herr unser Gott, wir kommen zu Dir im Namen unseres Retters, den wir von ganzem Herzen lieben und anbeten. Jesus Christus, der einzige Mensch, der den Vater als Mensch widerspiegelte, der kam und sein Leben für uns hingab, damit wir bei Dir leben können. Wir bleiben in Deiner Liebe und wir danken Dir, dass Du uns durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Deine Liebe gezeigt hast. Wir vertrauen darauf für unsere Errettung. In Deinem Namen beten wir. Amen. Das war Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Helfen Sie uns dabei, Ihnen auch zukünftig die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen und unterstützen Sie Hour of Power mit Ihrer Spende. Vielen Dank.